Mein Name ist Michael Scheidt, ich bin Schreinermeister und Inhaber der Firma Schreinerei Scheidt. Wir suchen Unterstützung, sprich Schreiner, Schreinermeister für unser Team. Schwerpunkt ist Möbelproduktion, Einbauschränke, Küchen für Gastronomie, Take-in-Anlagen. Unser Betrieb gibt es jetzt ungefähr seit 35 Jahren und seit ca. 22 Jahren sind wir hier auf dem Flugplatzgelände Bitburg in einem umgebauten Shelter. Wir sind zur Zeit mit sechs Mitarbeitern hier tätig, wobei es sind drei Schreinergesellen, ein Auszubildender und eine Sekretärin, die wir noch haben und suchen dringend Mitarbeiter für die Unterstützung unserer vielen Arbeit. Wenn du Schreinermeister oder Schreiner bist und Berufserfahrung im Möbelbau hast, dann bist du bei uns genau richtig. Hallo, ich bin Jörg, ich bin Schreinergeselle bei der Schreinerei Scheidt seit über 20 Jahren. Die Arbeit als Schreiner macht mir sehr viel Spaß. Das Arbeitsklima in der Schreinereichheit ist sehr gut. Da wir ziemlich viel zu tun haben, bräuchten wir dich zur Unterstützung unseres Teams. Du hast Erfahrung im Möbelbau und du kannst mit klassischen Schreinereimaschinen umgehen, dann bist du bei uns herzlich willkommen. Du bekommst gute Bezahlung, ein Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld. Solltest du nach interessanten Perspektiven suchen, werden wir dich gerne unterstützen. Du hast Spaß an der Arbeit, dann passt du gut in unser Team. Wenn du dir vorstellen kannst, bei uns zu arbeiten, dann klick auf den Link, beantworte uns ein paar Fragen und wir melden uns dann bei dir.